Hey, herzlich willkommen zurück beim Podcast und wie ihr es schon am Titel lesen konntet, beziehungsweise wahrscheinlich euch auch gedacht habt, weil am Sonntag keine Folge kam, ich habe das leider ein bisschen verpennt, bin ich ehrlich, die Woche hatte ich viel um die Ohren, entsprechend bin ich nicht dazu gekommen, hatte mich auch irgendwie null auf ein Thema vorbereitet, keine Zeit dafür und ich dachte mir eigentlich, hey, wir haben Juli, es ist Urlaubszeit, es ist heiß draußen, der Kopf will dann auch irgendwann an einer gewissen Temperatur nicht mehr so arbeiten, wie man das sich dann vorstellt, deswegen dachte ich mir, ich gebe dem Podcast eine kleine Sommerpause, es gab die letzten Wochen, Monate ja sowieso jede Woche eine neue Folge, das heißt, wenn ihr da was noch nicht gehört habt, könnt ihr es gerne natürlich nachhören, habt ihr genug Stoff auf jeden Fall und ich würde auf jeden Fall dann im August mich zurückmelden, ich weiß auch nicht, ob es der erste Augustwoche ausgeht, sage ich ganz ehrlich, einfach weil, ja, wie gesagt, es ist viel los, ich bin selbst auch auf Urlaub jetzt im Juli, das heißt entsprechend, habe da wenig Zeit dafür, deswegen dachte ich, warum nicht einen kleinen Sommerurlaub sozusagen in diesem kleinen Podcast hier gönnen, ich hoffe, damit seid ihr auch einverstanden, ja, wenn nicht, kann ich leider auch nicht groß ändern, glaube ich, ich habe auf jeden Fall vor, dann wieder mit neuen Folgen zurückzukommen und entsprechend auch ein bisschen strukturierter mit den Folgen, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir den letzten Folgen nicht sehr viel Mühe gegeben, bin ich ganz ehrlich, da ist nicht ganz mein Anspruch auch so ein bisschen, aber ich hatte einfach kaum die Zeit, mich irgendwie groß vorzubereiten, weil einfach viel andere Sachen um die Ohren und einfach wichtigere Dinge zum Teil, beziehungsweise einfach manchmal auch keinen Bock drauf, deswegen, ja, da werde ich versuchen, dass ich ein bisschen strukturierter zurückkomme, sage ich mal, mit dem ganzen Thema, weil, ja, wie gesagt, das macht wenig Sinn, so in die Richtung, ich bin zwar, glaube ich, jemand, der sich groß herumreden kann um Themen, der auch immer sich ein bisschen rausredet und ich glaube, deswegen merkt man es mir vielleicht auch nicht immer so an, aber, ja, das ist ein anderes Thema, aber deswegen ändert nichts daran, dass inhaltslos teilweise ist und teilweise ich mich ein bisschen verplapper und so, deswegen, da habe ich vor die Folgen auf jeden Fall ein bisschen strukturiert, damit es ein paar Stichworten zu machen, das ist mein Anspruch auch so ein bisschen, deswegen, ja, würde ich sagen, lassen wir es damit auch gut sein, ich hoffe, für euch ist es okay mit dem kleinen Sommerpause und ich melde mich dann auf jeden Fall im August zurück, wünsche euch damit bis dahin eine gute Zeit, hoffentlich auch, wenn ihr selbst so wohl seid, natürlich auch viel Spaß, wo es auch immer es euch hinzieht, wo auch immer es euch hinzieht, so, und, ja, dann hören wir uns demnächst wieder, bis dann, ciao.